nein 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 Pass mich nicht an! Titikui, sagen sie bei mir Haggitahango Alter ich hab hier totalen Vollmonmonbot Ich hab doch nicht die Mongolen genommen AAAAAAAA Jeder hat Schafe. Du hast mir ein Schaf geklaut. Ich steh doch hier nur rum. Ja, du hast mir das eine Schaf, das ist orange. Entschuldigung. Dein Dorfbewohner töten jetzt den berittenen Speer. So. Geil. Und den nächsten auch. Haben sie ihn umgebracht? Ja. Hast du ihn eingekesselt oder was? Die töten den anderen auch noch, den roten. Ja, und du hast mir gerade alle Schafe geklaut und direkt zu dir hochgeschickt, findest das gut? Auch ein Arschkopf, ne? Ach doch, vielleicht kriegt das ja nicht mit, dass auf einmal all seine Schafe fehlen. Juck ich mir einfach mal. Ich hab nicht genug Holz, um ein Holzfällerlager zu bauen. Der Wichser, der kaltet mich schon wieder. Jetzt bist du eingekesselt, wie gesagt. Lutsch. Lutschkacke. Lutschkacke. So, die beiden, die kommen jetzt ins Schiff. Weil ich die, weil ich jetzt andere Inseln besiedeln werde. Schlau, ne? Bobo. Bekämpfe ich die eigentlich? Sind die da noch? Ne, ich fahre einfach dran vorbei. Das sieht so aus, als ob ich was tue, ne? Ich brauche was zu essen. Das stimmt im Übrigen nicht. Doch, ich schon. Ich hol mir gleich eine Pifi. Wie? Warum reparierst du meine Schiffe nicht? Vibe. Was? Ich, ich passe meine Sprache dem dargestellten Zeitalter an. Achso. Oh mein Gold ist alle. Ne, mein Stall sind nur alle. Egal, brauche ich ein paar mehr Holzfälle hinsetzen. Einmal verwechseln. Gold und Steine sind sehr leicht. Ja. Das geht sehr sehr schnell mal. Ich habe das Gefühl, der Typ hat diesmal wieder keine Chance. Ja, der hat halt eben da oben, der kommt ja kaum an Ressourcen dran. Ich glaube auch, der kann mehr oder weniger nichts machen. Dafür hat er zwei Schafe bei dir stehen. Feindliche Schafe. Oh. Keinen neuen Kaufbewohner. Hör eine Flotte auf. Greif jetzt einen Feind an. Hör auf, eine Flotte aufzubauen. Warte auf mein Zeichen zum Angriff. Erschaffe noch mehr Luftgefähr. Greif jetzt einen Feind an. Nein, gegen einen. Der eben, der war ja auch gehandicapt. Erschaffe noch mehr Dorfbewohner. Wololo. Doch Leute, kommen wir starten. Das ist aber nur aus dem ersten, ne? Wololo. Rogan? Vor allem, ein Tor hat die Öffnung direkt zum Wald. Sprich, da sind direkt Bäume. Ich kann da nicht mal rauslaufen. Oh, ich kann doch nicht mein Dorfbewohner bauen. Walis hat noch gar nichts gemacht. Nö, ich esse gerade. Achso, naja, dann machen wir weiter. Walis ist aber erster in der Statistik, obwohl sie nichts macht. Ich wurde aus dem Multiplayer-Gamer gekickt im Internet, weil ich die ganze Zeit erschaffe mehr Dorfbewohner. Ja, bei mir auch. Bei mir hat das auch voll geruckelt. Ich hoffe, das ist jetzt besser, wo ich den Bildschirm... Ja, mit deinem Internetprovider die Schuld. Nils hat Björn gerade bei Steam geschrieben, setz dich dann auf Verbünden mit mir. Und ich mach das auch. Das ist gelogen. Ja, ja, ja. Guck dir einfach bei Björn auf dem Bildschirm. Ja, natürlich. Boah, jetzt stellen wir hier die Dorfbewohner, weil ich mit dem Bildschwein nicht klarkomme. Scheiße. Ja, ist ja egal. Jetzt werde ich eh von allen weggemacht, wenn ihr rumkommt. Das darfst du nicht sagen. Du musst immer so tun, als hättest du es voll im Griff. Ja, ich hab's aber nicht im Griff. Ich hab kein bisschen im Griff. Ja, du hast noch nie Poker gespielt. Welche Farbe hast du? Das ist scheiße. Jetzt hör mir doch mal zu, Kind. Ich verstehe ja, was du meinst, aber es funktioniert einfach nicht. Es wird nicht funktionieren. Nee, weil du immer sofort rumfluchst. Ich kann irgendwie keine Häuser bauen. Bist du Hunde? Ey, warum brauchst du keine Häuser? Bist du Hunde? Bist du Hunde? Ja. Hunden brauchen keine Häuser. Ach, wie geil. Dann haben die aber irgendeinen anderen Malus. Ja. Die brauchen echt keine Häuser. Die brauchen echt keine Häuser. Die wohnen auf der Straße.